Unter dem Link «Dokument» finden Sie alle Ihre Dokumente zum Download, zum Speichern oder bei Bedarf zum Ausdrucken. Klicken Sie auf «Herunterladen», wenn Sie Ihre Dokumente als PDF-Datei benötigen. Ebenfalls können Sie unter dem Link «Dokument» Ihre Benachrichtigungen verwalten. Klicken Sie hierfür auf «Einrichten» und geben Sie Ihre Mobilnummer oder Ihre E-Mail-Adresse an. Speichern Sie diese Daten und klicken Sie die entsprechende Checkbox an, wenn Sie eine Benachrichtigung erhalten möchten. In der Kontoübersicht können Sie auch ein Kontoalias einrichten und für die Verwaltung aus vier Optionen auswählen. Gehen Sie mit einem Klick auf «Einrichten» und geben den gewünschten Wert ein und schliessen Sie mit Speichern ab. Schon haben Sie Ihre individuellen Benachrichtigungen eingerichtet. Gehen Sie mit einem Klick auf «Einrichten» und geben Sie die Antwort auf sie mit einem Klick auf. Gehen Sie mit einem Klick auf «Einrichtung» und geben Sie mit einem Klick auf die Blumenkartein. Gehen Sie mit einem Klick auf die Waffe zum Ausdrucken. Gehen Sie mit einem Klick auf das «Einrichtung». Vielen Dank.